es gab meine lieben freunde hier sollte wieder mal starten und längere zeit mache ich wieder meinen commentary im hintergrund seht ihr ein richtig lustiges gameplay man habe ich so einen deutschen richtig geohnt man habe ich in comeback gedrückt ich bin 40 punkte oder danach geht ich war 15 punkte team deathmatch und er war 40 45 und ich habe einfach das spiel noch gewonnen und ihm noch nuklear gedrückt und er hat ja mit eingespielt die deutsche können hat nur mit überpowerten waffen spielen über was ich eigentlich reden wollte über 12 von über so über tod allgemein aber du hast du wirst alle sicherer mein meinung zu dem spiel ist es ist nicht gutes spiel ich kann noch mal was sagen wenn ein spiel gut also ein gutes tod hier ist er kann noch spaß machen was scheiße ist und was er scheiß cod halt ist und es gibt auch cods die gut sind und spaß machen oder zum beispiel wie adorns warfare die einfach beides nicht haben zum beispiel kann man blöcke 2 nehmen record 2 ist kein gutes cod meiner meinung nach wegen connection und hier die maps sind gut und so aber connection macht das spiel kaputt ja es macht zwar spaß ab und manchmal oft kann man so sagen aber es ist halt kein gutes cod es macht spaß ist aber nicht gut zum beispiel kann mp2 zum beispiel sagen dass mp2 hier es macht spaß und nichts dazu ein übeles gutes cod er ist einfach nur ein bomben cod man es wird glaube ich nie wieder so eins geben es gibt kaum leute die das spiel überhaupt noch mögen wegen den tubern und so aber es ist eigentlich wenig wenn das spiel gut ist und es mir spaß macht alter spiele ich auch spiele ich auch meistens mit dem aktuellen adorns warfare mit den maps mit den maps was sie da verkackt haben junge mit den waffen die die da verkackt haben wie die hochgepatcht haben zum beispiel ak12 guck dich an und du stirbst ich weiß nicht was sie sich dabei denken überhaupt so eine scheiße raus zu bringen dass du einfach ein zwei schuss von der akka stirbst du 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 mir ist einfach angeschossen angeguckt und du stirbst man hier wirklich ihren ausraster schon beim reden über das spiel alter man kann jeder sagt das spiel ist extrem schwer und so ja hauptsache mich holt jeder bock weil er ball in der hand hat oder ak12 oder wie heißt diese mp hier asm no equal 1 ja oh man ey oh man ey leute aber wenn das spiel spart man könnte es gerne spielen aber ich spiele das nur hier wenn mein bruder mit der ps4 vielleicht manchmal da ist aber nicht mal da habe ich bock das spiel zu spielen ganz ehrlich nicht mal da ja ich habe auch noch vergessen zu sagen ich habe in dem gameplay mit dem ps4 controller von meinem bruder gespielt ja wenn ihr nicht wüsstet dass ihr wenn ihr ihr ding den controller mit usb verbindet könnt sie ja mit dem spielen und ja eigentlich war es dass ihr jetzt gibt euch mal die türen und dann hier habe ich ihn gegeben man aber richtig hatte ja hatte ich einen in der hand wollte ich schon wegwerfen aber der hatte mir gegeben ja verstehe ich immer nicht gerade heute wir haben das spiel noch gewonnen hier 75 zu 73 oder so haben wir gewonnen und lassen like da lassen abo da keine ahnung was man noch geben kann favoriten alles mögliche und ihre leute bis zum nächsten mal